Guten Tag, herzlich willkommen zum nächsten Pokémon Let's Play. Renke bemitleidet sich schon wieder selbst und sagt, er verliert eh. Warum? Renke kennt sich besser mit Pokémon aus. Genau, und ich akzepte jetzt mal dieses Game hier. Mogi Heap war klar. Und da one-shotte ich ihn mal. Ähm, das ist so geil. Es ist so geil. Ja, okay, siehste, da ist doch schon was dagegen gefunden. Ich hätte es schon davor auswechselnd sein, nicht Ali? Au! Oh, lol. So dumm. Hä? Bei jedem Schlag. Ja, leckst du Schaden, das sind meine Items. Leck mich am Arsch. Und du bist tot. Ja, Suicide. Kriegst du noch Bruch. Das ist mein Set von dem Beat, das ist einfach geil. Du bist, Renke, so ein kleiner Pisser. Er geht natürlich wieder auf das Standard-Ding von ihm mit ganz viel Sachen hinwerfen und so. Boah, das regt mich auf. Egal. Hä, wie viel man verliert? Ist unglaublich. Warum ging das daneben? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe keinen Spaß da. Ist okay, warum verlierst du das Ding? Ja, das ist meine Fähigkeit im G-Schild. Echt? Ja. So, okay. Hm. Jetzt gucke ich mal, ob er bei dem auch ein Ding-Schild hat. Also Renke und ich spielen halt jetzt gerade... Warum schlugt es Phil? Achso, weil er vergiftet ist. Ich blöde. Ich bin auch dumm. Ähm. Ich mache Irrlicht. Ey, bin ich? Nein, warum bin ich tot? Ja, Schmarotzer, Mann. Weil dadurch, dass du deinen Angriff gesteigert hast, hat Schmarotzer mehr Leben gezogen. Ja, easy. Klasse, diese Scheiße. Du spielst immer mit den Fähigkeiten. Ich mag das voll. Das ist aber große Pussy für mich. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Das stimmt doch gar nicht. Ach, shit. Ich dachte, du musst was anderes. Ja. Ja. Ich hasse dich. Das ist so langweilig. Ehrlich. Poppt. Ich geh nicht. Das ist so dumm. Ich komme an dem Haltarer nicht vorbei. Kann ich ja jetzt schon sagen. Bäm. Kacke, ne? Da habe ich halt vorgesehen, was er wieder macht. Und deswegen habe ich mein schickes Subiris reingeschickt. Aber selbst das kann jetzt nicht viel machen. Alter, 14. Ich werde dich jetzt runterstrahlen. Aber ich werde jetzt paralysiert. Kannst du mich paralysieren überhaupt? Ja, halt nur Effekt, ja. Hast du auch schon gemerkt? Renke greift dreimal an. Ah, habe sie keinen Effekt. Ja, jetzt macht er wieder Aromatherapie. Renke sagt zu mir, ich bin Dulli, ne? Aber seine Taktik, also die Saitera ist einfach noch viel OPA als mein Typ. Das muss man ja einmal so sagen. Irgendwie ist so, Mann. Es ist wirklich so. Kannst du erzählen, was du willst? Ey, warum bist du jetzt schneller? Achso, weil ich nicht dingsen konnte. Also jetzt nicht cool. Ey, zweimal hintereinander paralysiert ist jetzt echt scheiße. Oh, fick dich. Hm. Ja, ich habe verloren. Durch das Latera habe ich verloren. Wir spielen das jetzt noch kurz aus und dann sind alle glücklich. Wo hast du das Vier eigentlich entdeckt? Das ist der P-Royal. Online-Camp? Guck mal hier. Werfe ich noch einen Giftspitz hin? Ja, er ist nochmal. Ich bin, ich bin das Doof ist. Ich bin, ähm, physisch, ne, speziell. Und speziell kann gegen Hightera null machen. Wirklich null. Man kann es vergessen. Hier, 14, wenn ich alles raufwerfe, was ich habe, kann ich 14 Schaden machen. Und, ja. Jetzt wird er mich paralysieren. Nee, er erkehrt mich so. Und das war's dann. GG Renke. Ich kann auch nicht nur meinen Skarabot ausstehen, weil du es so schnell getötet hast. Ja. Habe ich ihn nochmal schnell beleidigt, bevor er gewonnen hat. Wie heißt denn dieses Scheiß-Sobiris? Das ist das Binnatze-Fiech, was ich kenne. Ich, ich find Hightera ist für die OP ja jetzt wirklich mal. Ja, OP ist es einfach ein Tank. Du kannst gegen ihn mit einer physischen Attacke locker weghauen. Eine physische Attacke... Ja, also Tobiris kann man auch easy weghauen. Ja, wie denn? Eine Hammer-Attacke. Ja. Mogi-Heap plus irgendwas anderes. Er ist tot. Ja. Ja, das ist geil. Ja, ist das unglaublich. Ja, ich hab das geschehen, das hat mich auf White nämlich auch so gespielt. Ja, ist das so geil. Alter, eigentlich wird das die Quiz, ne? Weißt du, wie ich sie spiele? Ja. Ich spiele sie. Ja, musst du zurückgehen auf Dings. Oder doch, ja. Ja. Achso, ja, warte. Rein, Leute, ich lasse euch jetzt einfach nochmal mit dabei hier. Weil es ist ja vielleicht ins Rand. Das ist etwas Effektes. Umkehr da. Ja, nee, guck mal. Ich spiele Full Speed mit Wahlschall. Das alles auf Speed ist. Dass ich so übertrieben schnell bin. Dass es schneller fast nicht mehr geht. Und dann natürlich noch Special Attack. Ja, natürlich geht's noch schneller. Aber mit das Schnellste, was überhaupt da ist. Und dadurch ist es einfach ultra schnell. Und durch die Attacke, dass ich dich selbst so hoch pushe, ist es einfach übel geil. Ja, denn das ist einfach negativ. Nur bei Hyperstrahl zählt nicht, ne? Hä? Bei Hyperstrahl wird nicht pausiert, ne? Wird doch pausiert, glaube ich. Also weiß ich nicht, weiß nicht. Ich hab hier... Okay, aber Blättersturm ist allein heftig. Ich brauche nur Blättersturm. Ähm... Wenn ich irgendwas... Ja... Wie gesagt, da... Ich hab eben schon zwei Runden gespielt, ähm... Bevor ich mit Rennen gespielt. Sepul-Reihe hatte ich an erster Stelle. Hab zum Beispiel Logok, One-Shot. Also erst ein Schuss, nur 30% so ungefähr. Er hat in der Zeit, ähm... Schwertanz gemacht. Weil er dachte, dann ist das schneller oder ich... Two-Shot hier nicht. Aber dadurch, dass ich dann... Sich meinen Angriff verdoppelt hat, bam. Nächste Attacke, er war tot. Er ist sofort gewertschild. Dieses Vieh ist so übertrieben cool. Egal, Leute. Das war eine Runde gegen Renke. Ich hab verloren. Hopp, es hat euch trotzdem gefallen. Zockt schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.